Hoi miteinander, auch Hobbitier-Pflege, hier meine Ponys, die habe ich einerseits, weil ich ein bisschen vom Rost-Virus befallen bin, andererseits sind die super, zum Weiden, wo die Schafe oder die Kühe drauf gewesen sind, noch ein bisschen zu putzen. Die brauche ich gar nicht mehr und im Winter fressen die Schmerzen ausräumen von den Kühen. Aber die Haufe muss man natürlich auch machen. Ich bin weder ausgebildeter Haufpfleger noch Haufschmied, aber ich bin im Militär beim Tragen gewesen und habe wochenlang Haufe aufgekippt und dann Haufe ist zugelogt. Ich glaube, so einigermassen noch nicht sollte ich haben wie diese, aussieht immerhin. Hat das etwas genützt, dann bester mich der Welt. Dankeschön. Das geht eigentlich gut, um ihm die Haufe zu machen. Ich muss mir nicht bezugucken, dass er nicht zu breit die Haufe kriegt. Er hat die Tendenz, um ein bisschen in die Breite zu kommen, mit den Füssen, mit dem Haufe. Aber ich denke, ich bringe das einigermassen her.